Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge ATERRA und ja wir loggen uns direkt ein und laufen dann weiter mit der weißen Dich mal wieder Lab, ja wie immer Hallo und äh wir werden weiter und das sind auch schon Creeper Friends und so Kommen wir mal meinen Cochonis Hier ist ein Abgrund, Scheiße, aufpassen Pierre das ist ein Abgrund, ich nehme an den Weg durchs Wasser weil ich hab keinen Bock in die Schlucht zu laufen Oh, Mommy Ich hab einfach den Wasserweg genommen Ja, ich bin drüber gesprungen Oh, okay Pierre, überhaupt nicht riskant Ach, hier sind auch ein paar Creeper Slimes Und ein Slimeball, wo haben wir die? Überleg dir mal direkt Ach was, was Ja, nimm einfach mal einen mit So Okay, wir müssen weiter hier rüber am Creeper vorbei Zack Zack Ja, wir müssen, wir sind von der Hab ich den ausgelöst, ja? Ich Aber wir haben keinen Schatz Okay, dass wir uns gelägt Ja, wir haben einen Streit drunter gebaut Läuft Wir sind ein paar Skeletts und so'n Scheiß Und ich hab's Vieh unter mir, Alter Vor allem halt unser Essen, ne? Ich regeneriert grad schon wieder Aber ich hab nur ein halbes Herz weniger Ja, ich auch Geht noch Das ist aber Fallschaden nur gewesen So Ich bin grad, ich bin grad, ich bin so Ja, chill ganz kurz mit nem Skelett in der Nähe Das ist nur noch im Wasser, du Lutscher Ach so Hab's grad nicht gesehen, sorry Hab nur Panisch rumgeschrien So, bis da Dann sollten wir mal wieder da sein, weil lange mal krieg ich echt Probleme mit dem Essen Wir sind auch gleich da Siehst du schon die Mauer? Nein, ich bin blind Also Ich bin farbenblind, ich sehe nur Penisse Ganz große Penisse in der Luft Da unten ist mir ganz schön hell, ne? Oh Gott, das ist mir auch egal Also ich mach jetzt mal ganz easy, ganz locker, kein Stress, Pia, okay? Ich hab nämlich Angst, dass hier, ja, you know what I mean Hast du noch Stein? Okay Keine Nahten weg Und tschüss Ist ganz gechillt hier runter Ich bin nämlich Kein Bock, dass hier ein Faden oder irgend sowas ist Oder eine Druckplatte Woll Warte mal Ich kann nicht schwer, ne, doch nicht Sag, dass du auch so aus bist oder Okay, hier ist alles wie vorher Niemand da gewesen, alles fresh Ja, ich kann ja mal jetzt nicht mehr regenerieren Ja, jetzt haben wir ja wieder Essen Deine Öfen hast du dann rechts gern, weißt du Ja, ja, ich hab da mal ein bisschen Fleischweisch hatte rein Nehmen wir jetzt hier mal grad direkt wieder sechs Stück raus So, hier hab ich meine Die Spinnenaugen bitte direkt hier in die andere Kiste, ne Das eine Alter, wie viel hier fertig ist Eins, zwei, drei Oh, jetzt haben wir mehr als genug Zack, zack Ja, kannst du auch Ja, kannst du jetzt abnehmen Also ich würde dir halt die unteren stehen lassen Noch zum Hochfarber Du kannst die obersten halt schon mal nehmen Ähm Für was denn? Keine Ahnung, was weiß ich Wenn wir noch irgendwie mehr Bücher Ja, für Bücher vielleicht Ja, wir brauchen ja auch welche Aber lass die auch da stehen Wir brauchen jetzt, äh Ja, für ein bisschen Zucker brauche ich welche, ja Und ich mach mir mal grad nebenbei das Foto aus Was ich von diesem Wiki hab So Mach die auch mal hier rein dann Also wenn du's Die, äh Mach die mal direkt so Zucker Und mach die mal hin in die Kiste dann Äh, seltsamer Trank So, Spinnenauge Ein Spinnenauge Wir brauchen unbedingt mehr Spinnenaugenpären Ähm Wir brauchen pro Trank Also pro drei Tränke Brauchen wir zwei Spinnenaugen Ähm Ah, jetzt brauch ich trotzdem noch was Minecraft-Wiki Denn ich muss grad mal nachgucken Wie dieses fermentierte Spinnenauge wieder geht Ähm Auf dieses Bild gucken Ja, genau Spinnenauge Erstmal nur ein Spinnenauge Dann ein fermentiertes Spinnenauge Und das weiß ich grad nicht, wie das gemacht wird Ich weiß nur, dass ich dafür auch Spinnenaugen wieder brauche Wie der Name schon sagt Ach, und den Zucker brauche ich dafür, stimmt Hä, du hast da ein Zuckerrohr rein? Ja Achso Ich brauch, daraus kommt ein Zucker und das reicht ja erstmal auch Trank der So, Crafting Fermentiertes Spinnenauge Okay Also Haben wir jetzt schon mal gleich Schadensdränke Du farmst weil, oder was? Na, ich hab mir nur ein bisschen was ansorgt Weil die Tonsort wozu mich voll bemüht ist mit einer Scheiße Aber was hast du mit dem restlichen Zuckerrohr gemacht, die du da abgebaut hast? Bücher gemacht Achso Aber da war nicht genügend Trank des Direktschadens, okay So, jetzt noch ein Closedone obendrauf Und dann noch ein Gunpowder Und schon haben wir die Scheiße, so wie wir's wollen Closedone Ja, jetzt brauchen wir nur ohne Scheiße Wir haben einfach Okay Also Essen, will ich echt sagen Haben wir jetzt schon wieder genug Ja Mal gucken, was wir jetzt in der Truhe noch haben Alles ist das schon ziemlich awesome Schau dir das mal an Das sollte echt noch reichen Ja, das ist echt genug, ja Finde ich auch Oder geht der ja ziemlich zu Sachen hier Ja, ja Der macht ja seine normalen vollen, glaube ich gerade Aber das dürfte auch dem sein letzter sein, die er machen kann, ne Ja Hat er schon Ah, sehr schön Werfbarer Trank des Schadens 2, äh Erfolg Alchemie, oh Yeah Brauer einen Trank, hab ich So, ich mach sie mal in die Truhe Wir haben nur 3 Stück bis jetzt Naja, wir können die eh noch drin lassen, wenn wir im Moment eh noch nichts weiteres machen dürfen Ähm Wasser, erstmal Nether Fangen ich schon mal gerade die 2. an Aber die können wir eh noch nicht fertig machen, wenn wir uns dafür die Dings fehlen Oh, oh, oh Hart Hart, hart Siehst du auch so, oder? Den Erfolg, meine ich jetzt Aber der ist auch erst in Folge 10 oder 11 oder so jetzt Aber trotzdem für Folge 10 oder 11 Ah, wie sieht's aus? Was? Okay, seltsamer Trank, jetzt ein Spinnenauge Jedoch auch, was sind wir auch? Bei uns läuft mir Ja Achso Hab dem nur halt so gehört, das stinkt Okay Ah, Trank der Vergiftung, hab ich hier So, wie gesagt, wir brauchen, um die erweitern zu können Fermentierte Spinnenauge, dafür brauchen wir noch weitere Spinnenaugen, haben wir noch nicht Also, ich mach die jetzt mal in die Truhe Ich hab die hier aus dem Gefäßding raus, weil die Truhe ja, äh, niemand an Ja, niemand nehmen darf Mit genug Essen im Gepäck sollten wir mal wieder nach oben gehen, wenn's dunkel ist Und ein bisschen Spinnen catchen Und, äh, Creeper Obwohl, Schwarzbohr haben wir sieben Stück, das reicht erstmal ganz schön, aber wir brauchen unbedingt Spinnenaugen Was machst du jetzt? Farmen, oder was? Ja, kurz mal ein bisschen rein, reinbauen, weil ich finde ich noch bei dir ist Ja, mach du mal, ich geh hoch und guck mal, ob's hell oder dunkel ist Es müsste eigentlich wieder dunkel geworden sein Ja, es war ja dunkel Und wurde dann hell, glaub ich, als wir runter sind, ne? Äh, kann sein Ach, egal Die Festplatte muss ich mir auch noch bringen heute, gell? Hm? Die Festplatte Ja, ich weiß Also, rüberbringen, ja Ja Aber ich hol die da einfach morgen ab Heute spiel ich eh noch ein bisschen Alters und mach heute mal nichts weiteres noch Außer die vollen Hohladen lassen dann wieder Weil im Moment laden die ja nicht wirklich hoch Bei einem Mbit Eisen So Kein Schwein braucht auch Eisen Ja, inzwischen nicht mehr Ja Ah, es ist... I don't know Maybe... es regnet auf jeden Fall Immer noch Ja Hab jetzt auch mal neun Essen mit dabei, dass das auch mal für ein paar Sekunden reicht, wenn ich hier bin So, wie sieht's denn aus? Nochmal Essen, ne? So Wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen höher farben, dass wir... dass wir... weil... weil... auf Höhe 11 Gold zu finden ist relativ wenig halt Also, relativ... naja... Wir haben doch mal 19 Gold Wir brauchen 72 für jeden fucking Gold-Apfel Kannst... kannst du eh vergessen Als ob Wir müssen uns aber auch was anderes konzentrieren, unsere OP-Äpfel Ja, die brauchen wir aber auch zur Verteidigung Oh... Lava Also nicht für irgendwelche Lutscher, sondern schon für irgendwas Vernünftiges halt Ich hätte schon eigentlich gern, dass jeder von uns mindestens einen hat Also jeder von uns einen Punkt, mehr ist eh nicht möglich Aber da brauchen wir halt einfach mal 144... Gold Nur so für Notfall, weißt du? Wenn dann wirklich jemand bei einem Herz steht Und auch nur für Gegner natürlich und nicht für Mobs So... Ja, komm ey, ich form grad... ich tu grad schon Bäume fällen, wenn mir langweilig ist hier oben Deswegen... ich will ja auch noch, dass hier ein scheiß Apfel endlich runterfällt Ich baut grad dem, der Lava mal ein bisschen durch in die Wand rein Och ja, komm ey, warum fallen hier keine Äpfel mehr runter eigentlich? Wir haben immer noch nur einen Apfel, ne? Ja Ja toll Ey, ohne Scheiß, wenn's schon daran scheitern sollte bei uns Alter Mama Mami Wieso fängst du denn dein Arschloch? Okay, ja gut Mann wird immer dunkel Alex, nicht so feste Was ist so feste? Deine Mutti Just in deinem Mund Sie spritzt mit ihrer Ja Mit dem Saft Mit dem Saft der Lust Achja, komm der Spruch, die Sprüche sind ausgelutscht wie du, ey Also wie die faszinale Mama, die ist ausgeleiert, ey, die hat einen Umfang von 2x2 Meter, ey Oh man, jetzt komm doch schon, wird mal wieder dunkel oder irgendwas in der Richtung Mann, ey Von mir aus komm, ey Ja Von mir aus auch das Boah, Alter, das ist nervig, höchstregend aber es wird nicht dunkel Und Äpfel droppen irgendwie auch keine mehr von Bäumen auf einmal Gut, ich hab die, hab, baue die Bäume grad sogar nur mit Dings ab, nur mit der Hand, weil ich keinen Bock hab mir ne Dings zu machen Na, Eisen, Alter Ja, ich weiß Wie viel Eisen ich kriege Aber ich vergesse das immer unten Außerdem will ich meine Inventarplätze nicht mit so was sinnlosen wie ne Axt voll haben Also meine Kurz, äh, Dinger Ah komm, wow, komm ich nicht mehr dran, ganz oben Ah, geil Boah, Alter, ohne Scheiß Kann's mal dunkel werden Wie das immer genau dann nicht dunkel oder hell ist, wenn man's braucht, ey, das ist so geil Immer genau dann, wenn man's nicht braucht Ich hab halt jetzt Angst, wenn ich jetzt nach unten grabe und mich ein bisschen was anderes mache halt Dass ich dann halt, ähm, dass es dann halt dunkel wird Egal, wir haben's eh gleich schon wieder, die Folge ist eh gleich vorbei, noch eine Minute dreißig Bam, bam, bitches Oh, yeah Och, ja, komm jetzt, hallo Ich lauf hier grad auch noch die Stellen ab, wo ich mal Bäume abgefarmt hab, aber nein, da ist ja Wäre ja unwahrscheinlich, wenn da mal ein Scheiß Gold-Apfel liegen würde Äh, ein normaler Apfel liegen würde Man Oh, wir haben kein Glück gerade Ja, ist halt so Wir müssen mal bald umziehen, dass wir vielleicht mehr Glück haben, aber naja Wird auch nicht viel bringen Wahrscheinlich Ach, die Welt ist übrigens immer noch offen Finde ich cool, wie gut Squash die Folgen anguckt Also überhaupt gar nicht Sonst hätte ich das schon gesehen In unseren Folgen, dass da die Welt offen ist Oh, yeah Ähm, dumm, dumm Werd doch endlich mal Nachtmann Wir haben eh nur noch Okay, ist eh vorbei Okay Ja, Leute, dann würde ich sagen, locken wir uns mal aus, ne, Nigga Und ja, das war's von der Folge, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschau Tschüss